Was ist das Korps? Meiner Meinung nach ist das Korps eine ziemlich stimmige Mannschaft. Das heisst, wenn sie einen guten Saisonstart haben oder haben, dann ist da ganz viel drin. Das wirkt aber auch ihre Schwächen oder Gefahren. Das heisst, wenn es nicht so läuft, wird es wichtig sein für den Staff und auch für die Mannschaft, dass sie sich empfangen können und sich nicht gehen lassen, sondern wissen, was in ihnen steckt und wie gut die Mannschaft ist. Die Mannschaft